Musik Unsere AIDA Cara, unser kleinstes Schiff, wird nächstes Jahr auf Weltreise gehen. Einmal rund um den gesamten Erdball von Hamburg nach Hamburg. Und das werden wir gemeinsam tun, denn ich bin hier Kapitän. Musik Das Besondere daran, auf Weltreise zu gehen, ist einfach wieder neue Destinationen zu entdecken, die auch für AIDA Cruises nicht alltäglich sind. Und mit dem kleinen Schiff in kleine, gemütliche Häfen und die richtige Seefahrtsromantik spüren. Ich glaube, das wird richtig schön. Die Weltreise, auf die AIDA Cara jetzt gehen wird, ist eine ganz besondere Reise. Natürlich macht mich das auch stolz, dass ich genau auf diese Reise mit Ihnen gemeinsam gehen darf. Als ich damals als Offizier angefangen habe, führte mich meine erste Reise rund um die Welt. Und nun mit AIDA Cara führt uns in 116 Tagen das Schiff auch wieder in die gesamte Welt. Darauf freuen wir uns. Musik 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 Vielen Dank.